Selbst in der eigenen ÖVP sind heute Vormittag viele überrascht. Ex-Kanzler Sebastian Kurz zieht sich völlig aus der Politik zurück. Politik und Bevölkerung in Salzburg zeigen dafür heute Verständnis. Landeshauptmann räumt bei Sonderlandtag Fehler in der Corona-Politik ein. Hoteliers und Gastronomen erhöhen den Druck und wollen aufsperren. Herzlich willkommen am Donnerstag. Ex-Kanzler und noch ÖVP-Parteiobmann Sebastian Kurz zieht also endgültig seinen Hut. Das hat er heute Vormittag bei einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Mittlerweile hat auch Alexander Schallenberg von der ÖVP schon sein Amt als Bundeskanzler zur Verfügung gestellt. 11.33 Uhr. Sebastian Kurz tritt vor die Kameras, um zu verkünden. Ich werde die Leitung des Klubs wieder an Gust Wöginger übertragen, der das schon jahrelang hervorragend gemacht hat. Und ich werde in den nächsten Wochen eine geordnete Übergabe all meiner politischen Funktionen sicherstellen. Auf die Gründe geht Kurz nicht im Detail ein. Nur so viel, er will sich um seine Familie kümmern und Ich hatte immer enorme Freude an der politischen Arbeit. Die letzten Monate, die letzten Wochen, die letzten Tage ist diese Begeisterung bei mir ein bisschen weniger geworden. Derzeit ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen Kurz. Die Opposition zeigt sich vom Rücktritt wenig überrascht und ist sich einig, nicht die Vaterschaft ist der Grund für den Rücktritt, sondern der Druck in der ÖVP ist zu groß geworden. Die ÖVP-Landeshauptleute zeigen sich heute dankbar. Der grüne Koalitionspartner respektiert die Entscheidung. In den eigenen Reihen wird sich dadurch aber nichts ändern. Das grüne Regierungsteam wird mit Sicherheit das gleiche bleiben. Es ist ein hervorragendes Team. Für die ÖVP geht es nun um die Frage, wer die Partei künftig anführen wird und ob der künftige Chef auch ins Kanzleramt einziehen wird. Das sollen morgen die ÖVP-Parteigremien entscheiden. Bundeskanzler Alexander Schallenberg will sein Amt zur Verfügung stellen, wie er am Abend mitteilt. Innenminister Karl Nehammer und Europa- und Verfassungsministerin Karoline Edstadler sollen derzeit im Gespräch sein. Nicht überraschend kommt dieser Schritt offensichtlich auch für die Salzburger Bevölkerung und auch für Mitglieder der Landesregierung. Ich verstehe diese Entscheidung total. Er ist jetzt auch Vater geworden, steht wahnsinnig unter Druck, wird wirklich auch bekämpft nach wie vor. Das muss man so sehen. Er ist, glaube ich, jetzt zehn Jahre in der Spitzenpolitik. Sebastian Kurz hat, finde ich, als Bundeskanzler eine sehr gute Figur gemacht. Er hat für Salzburg auch immer ein offenes Ohr gehabt. Er hat die Volkspartei neu aufgestellt, neu gebrenntet, wie es so schön heißt, auch zu einer siegreichen Partei gemacht. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass Sebastian Kurz mal den Rückzug antreten wird. Auch kein Weg zurück mehr, war für mich klar. Jetzt ist für ihn der ideale Zeitpunkt nach der Geburt seines Sohnes. Und ja, ich glaube, dass in der Zukunft dann das Regieren einfacher sein wird in der Bundesregierung. Es hat mich jedoch nicht überrascht. Es ist auch wichtig, dass die Vorwürfe jetzt von der Justiz geklärt werden und dass dann auch wieder Ruhe ins politische System kommen kann. Vielen Dank. Wenig überrascht zeigen sich heute auch viele Salzburger über den Rückzug von Sebastian Kurz. Ich würde sagen, die ersten Jahre war es auf jeden Fall sehr beeindruckend und er hat sehr viel Zuspruch bekommen. Aber es ist dann einfach zu viel aufgedeckt worden, wo man sagen muss, es war nicht mehr rechtens. Ich bin generell kein Fan von der Politik gewesen, die er betrieben hat. Somit war mir das vorher auch schon ganz recht gewesen. Und jetzt halt noch mehr, würde ich mal behaupten. Verstehen Sie die Entscheidung? Na ja, schon. Eigentlich schon. Es ist ja nicht so schön, wenn man so durch den Schmutz gezogen wird, egal wer das ist. Ich würde sagen, er braucht selber irgendwie Auszeit, einfach für sich selber auch. Und es kann natürlich sein, dass wir nur weiterhin vom Herrn Kurz hören und vielleicht kommt er wieder zurück in die Politik. Soweit die ersten Reaktionen. Im Studio darf ich jetzt Chefredakteur Gerd Schneider begrüßen. Guten Abend. Was waren denn jetzt letztendlich die ausschlaggebenden Reaktionen oder der Ausschlag? Was hat den Ausschlag gegeben? Selbst Parteikollegen waren heute überrascht. Ja, Vater oder Mutter zu werden ist etwas Besonderes und ein tiefer Einschnitt im Leben jedes Menschen, der das erleben darf. Bei allem Respekt dafür muss man aber natürlich auch sagen, mit Sebastian Kurz geht ein Politiker, der auch Angriffsfläche geboten hat, während der gesamten vergangenen Monate und der auch in Zukunft Angriffsflächen geboten hätte. Angesichts der Umfragen, die der ÖVP natürlich auch vorliegen, die ÖVP befindet sich gerade in einem Umfragetief. Bei den Nationalratswahlen vor zwei Jahren war die Partei bei etwas mehr als 37 Prozent, jetzt ist sie bei etwas mehr als 20 Prozent angekommen. Da ist natürlich Handlungsbedarf angesagt und der Leuten bei Parteiverantwortlichen natürlich auch die Alarmglocken. Wird jetzt das Ruder eher wieder die schwarze Parteiseite übernehmen, wenn möglich sogar mit Salzburger Beteiligung? Das wird stark davon abhängen, wie stark auch die Landeshauptleute bei dieser Personalrohschade, die es jetzt geben wird, mitreden können, mitbestimmen können. Landeshauptmann Thomas Stelzer aus Oberösterreich hat ja heute schon gesagt, es gibt sehr starke Personalreserven in den Bundesländern. Ich denke da beispielsweise auch an Stefan Schnöll, den jetzigen Verkehrslandesrat im Bundesland Salzburg von der ÖVP. Also da wird es wirklich darauf ankommen, inwieweit die Landeshauptleute hier mitreden können. Morgen gibt es einen Parteivorstand, die Neubesetzungen und Umstellungen sollen jetzt schnell vonstatten gehen. Neuwahlen würden aber zurzeit wohl niemandem helfen. Also ich denke mir, Neuwahlen würden zurzeit niemanden nützen, der sie ausrufen würde. Auch die Bevölkerung will zurzeit sicherlich keine Neuwahlen. Wir befinden uns mitten in einer Pandemie in der vierten Welle und die Menschen in Stadt und Land und in ganz Österreich haben zurzeit ganz andere Sorgen, denke ich mir. Danke, Gerd. Einstweilen der ORF ändert heute aufgrund dieser politischen Entwicklungen sein Programm um 20.15 Uhr mit einer ZIP Spezial. Danach gibt es einen runden Tisch, also dranbleiben. Und wir wechseln jetzt nach Salzburg zum Sonderlandtag, der heute zum Thema Covid einberufen wurde. Da hat ÖVP-Landeshauptmann Wilfried Haslauer Fehler eingestanden. Das Land hätte schon viel früher auf flächendeckende PCR-Tests setzen und beim Bewerben der Impfung populistischer sein sollen. So sagt es Haslauer heute selbst. Das zunehmend aggressivere Klima in der Öffentlichkeit und in sozialen Medien hat heute die Parteien im Landtag beschäftigt. Die staatliche Autorität sei an einem Tiefpunkt angelangt und die Bevölkerung entfremde sich vom demokratischen System, sagte der Landeshauptmann. Und er zeigte sich selbstkritisch zu den bisherigen Maßnahmen des Landes zur Covid-Bekämpfung. Haben wir alles richtig gemacht? Das ist die große Frage. Nein. Ich glaube, dass wir beim Impfen populistischer hätten sein müssen. Dass wir unseren grundsätzlichen Ansatz, es kann doch nicht sein, wenn wir eh alles zur Verfügung stehen und die Leute sind doch für sich. Wir reden immer von Freiheit und von Grundrechten. Aber unsere Vorstellung ist doch auch, dass man selbst zuallererst für sich selbst verantwortlich ist. FPÖ-Parteichefin Marlene Swatzik sagte, es gebe von ihr keine Empfehlung für oder gegen die Impfung. Das müsse jeder selbst entscheiden. Bei Aufrufen zu Demonstrationen sei der Standpunkt klar. Auch ich verwehre mich als freiheitliche Landesparteiabfrau dagegen, dass man vor Krankenhäusern demonstriert. Das geht gar nicht. Und da bin ich absolut dabei, dass man da auch eine Bannmeile festlegt. Soweit wird es eigentlich gar nicht kommen. Vor Krankenhäusern demonstrieren und dort vielleicht das Pflegepersonal auspfeifen, ausbuhen, das geht gar nicht. Die SPÖ hatte den Sonderlandtag zur Covid-Bekämpfung im Land verlangt. Die Selbstkritik des Regierungschefs sorgte für Überraschung. Denn besetzt war das alles anders, als dass man gesagt hat, auch bei uns sind Fehler passiert. Uns wurde bis jetzt immer nur gesagt, alles in Ordnung, wir haben alles im Griff. Bei den Warnungen vor einer Spaltung der Gesellschaft und vor einer zunehmenden Radikalisierung waren sich die Parteien heute einig. Menschen, die uns Politikerinnen als Nazis, als Schwerverbrecher, als Faschisten bezeichnen, das lasst uns, glaube ich, alle nicht kalt und das darf uns auch nicht wurscht sein. Die Einteilung in Geimpfte und Ungeimpfte dürfe nicht zur Spaltung führen, warnten auch die Neos. Wir müssen mehr zuhören, wir müssen mehr auf diese Menschen eingehen und wir müssen mehr ihre Sorgen teilen. Es hat sich gezeigt, dass im Lockdown die Zahl der Menschen, die sich für die Erstimpfung entscheiden, stark zurückgegangen ist. Deshalb wurde heute im Landtag eine Impflotterie angekündigt, an der alle teilnehmen können, die bis Ende Dezember geimpft sind. Dazu jetzt noch eine Frage an Chefredakteur Gerd Schneider. Wie ist denn das einzuschätzen, was da heute in diesem Sonderlandtag passiert ist? So einen gibt es ja auch nicht alle Tage. Das ist richtig. Es war aber ein ausgesprochen geschickter Schachzug von Landeshauptmann Wilfried Haslauer, Fehler einzugestehen. Das ist ja nicht unbedingt eine politische Tugend, die wir aus dem politischen Alltag kennen. In letzter Zeit wird das etwas moderner. Aber da ist natürlich sehr, sehr viel auch auf Landesebene schiefgelaufen. Die Fehler hat der Landeshauptmann auch im Landtag heute aufgezählt. Und es ist ihm damit gelungen, auch der Opposition Wind aus den Segeln zu nehmen. Und er kommt meines Erachtens zumindestens politisch gestärkt aus diesem Sonderlandtag. Was das für die nächsten Wahlen in etwa eineinhalb Jahren bedeuten wird, also beim Wahlvolk bedeuten wird, wissen wir jetzt noch nicht. Es bleibt auf alle eine spannende Zeit. Danke, Gerd, für den Besuch im Studio. Danke für die Einschätzungen. Und jetzt zu den Auswirkungen der Corona-Krise und des neuerlichen Lockdowns. Die Hotels und Gastronomen erhöhen jetzt den Druck. Sie wollen spätestens am 17. Dezember aufsperren. Ganze Täler leben in Salzburg ja vom Tourismus. Ohne Hotellerie und Gastronomie drohe der Kollaps ländlicher Regionen, sagen Betriebe. Sie haben zwar Umsatzersatz und Ausfallsboni erhalten und zwar bisher mehr als eine halbe Milliarde Euro. Sie wollen aber arbeiten. Aufsperren je früher, desto besser mit Sicherheitsvorkehrungen und Kontrollen. Das verlangen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier in diesem Betrieb in Leogang. In Hotel Chaletdorf und Skihütte arbeiten 130 Menschen. Die Verantwortlichen sagen, dass sie nicht mehr am Tropf hängen wollen. Statt finanzieller staatlicher Hilfe will der Betrieb für Gäste öffnen. Also prinzipiell ist glaube ich mal für uns alle, also ich habe auch vorher genauso in der gleichen Branche, fix ist glaube ich für uns alle, dass wir das so, wie es jetzt letztes Jahr war, sicher nicht nochmal erleben wollen oder auch nicht nochmal machen müssen. Kleinere Häuser benötigen mehrere Tage Vorlaufzeit. Bei großen Hotels dauert es mindestens 14 Tage, bis der Betrieb anläuft. Die Hotels und Gasthöfe wollen Planungssicherheit. Wenn es für Mitarbeiter keinen fixen Öffnungszeitpunkt gibt, dann fürchten Arbeitgeber, dass Personal nach Südtirol oder in die Schweiz abwandert, wo die Hotels offen sind. Und wenn wir jetzt nicht wissen, ob wir starten können, muss man halt sich ein bisschen anders umschauen oder was anderes suchen. Aber man würde natürlich immer gern hier bleiben oder wieder zurückkommen. Während der Lockdowns vergangener Monate haben die Hotels und Gasthöfe Umsatzersatz, Fixkostenzuschüsse und Ausfallsboni erhalten. In Salzburg waren das bisher 556 Millionen Euro. Viele Unternehmen haben während vergangener Lockdowns saniert und umgebaut. Es sei versprochen worden, dass es keine weiteren Schließungen mehr geben werde, sagen Betreiber. Der Gast, der zu uns kommt, der will ja immer das Beste da haben. Der will eine hohe Qualität, der will einen super Wellnessbereich, der will ein tolles Interieur. Da müssen wir natürlich als Company natürlich investieren. Das kostet Geld, aber wenn wir das nicht machen, dann wird es wahrscheinlich in ein paar Jahren für uns düster ausschauen. Die finanziellen Ausgleichszahlungen seien nur ein Bruchteil dessen, was offene Tourismusbetriebe für die Wirtschaft leisten, argumentieren die Betriebe. Die Geschäftsgrundlage ist uns entzogen worden. Dass wir dazu Hilfe brauchen, ist natürlich unausgesprochen richtig. Dass es da und dort zu Überförderungen gekommen ist, mit der Gießkanne ausschütten, hat natürlich auch seine Vor- und Nachteile. Umgekehrt, es ist schnell gegangen und hat viele vor dem Ruin gerätet. Die Sicherheitskonzepte gegen eine Ansteckung mit Covid in Hotels hätten funktioniert, argumentieren die Betreiber. Geschlossene Hotels und Gasthäuser bedeuten auch, dass regionale Erzeuger ihre Produkte nicht mehr verkaufen können. Beispielsweise Bauern oder Bäcker, die die Hotellerie beliefern. Über die bevorstehende Wintersaison und die Auswirkungen des Lockdowns auf den Tourismus reden wir morgen in der Mittagszeit ab 13 Uhr in Radio Salzburg. Nach einem tödlichen Frontalzusammenstoß in Adnet vergangenen Sommer ist der Unfallverursacher heute am Landesgericht verurteilt worden. 7.200 Euro Geldstrafe plus zwölf Monate Haft. Aber ausgesetzt zur Bewährung, lautet die Entscheidung. Der Salzburger hat damals in einer unübersichtlichen Kurve überholt und den Wagen des Opfers frontal gerammt. Bei der Polizei hat er dann einen falschen Namen angegeben, um den Verdacht auf einen Freund zu lenken. Und zum Schluss unserer Sendung zu etwas ganz anderem. Die ORF-Reihe Land der Berge widmet sich heute der Beziehung von Mensch und Berg, damals wie heute. Die Besetzung ist prominent. Peter Radacher gibt Einblicke in das Leben der ersten Hüttenwirtin am Hochkönig. Herbert Gschwendner blickt zurück auf seine aufregenden Jahre eben dort im Matrasshaus. Und Sepp Forcher erzählt sehr persönlich über seine Kindheit in Südtirol. Früher war alles besser? Nein, früher war vieles anders. Darüber berichten drei Zeitzeugen in diesem Film, die zugleich langjährige Bergfreunde sind. Da ist zum einen Sepp Forcher, den man als ORF-Legende nicht groß erklären muss. Grüß Gott in Österreich, vor so einem Hintergrund, sagt man das gern. Weniger bekannt, Forcher beginnt seine Laufbahn als Hüttenwirt. Aufgewachsen ist der Südtiroler in der Hacklhütte im Pongauer Werfenweng. 1959 übernehmen seine Frau Helli und er das Zeppet-Sauerhaus am Salzburger Untersberg zur Pacht. Mein Gott, ein Berg ist ein Steuhafen. Mehr oder weniger von irgendwas überwuchert, wenn sie hoch sind, vom Eis bedeckt. Aber die Vorstellung, es gab um mich um keinen Berg, ist undenkbar. Peter Radacher III. erzählt uns die Geschichte seiner Großmutter Therese, die ab 1898 die erste Hüttenwirtin vom Kaiserjubiläumsschutzhaus am Gipfel des Hochkönigs war. Auch Herbert Gschwendner, Bergfex und ehemals ORF-Moderator, war lange Zeit Hüttenwirt im Matrashaus am Hochkönig. Dort wird man mit einem überwältigenden Panorama in der Abendsonne belohnt. Hier versteht man die Faszination der Menschen für ihre Berge. Die neue Dokumentation heute um 20.15 Uhr in ORF 3. Bis dahin gibt es natürlich noch viel Politik, Statements und Analysen gleich in der Zeit im Bild. Ich darf Ihnen noch einen spannenden Fernsehabend wünschen. Auf Wiedersehen.